Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News, kurz und kompakt in einem Video zusammengefasst. Ruven Schröder ist ja dabei mit einem relativ knappen Budget unseren Bundesliga-Kader zu planen, vor allem Transferausgaben werden sich wohl in Grenzen halten. Jetzt gibt es ein erstes Gerücht, was auf den ersten Blick gar nicht mal so viel Sinn ergibt, meiner Meinung nach, denn laut der Bild wollen wir Schalke Lead Pacarada vom FC St. Pauli haben. Für mich, neben Thomas Ower, einer der besten Linksverteidiger der zweiten Fußball-Bundesliga und er konnte mit zwölf Scorer-Punkten wirklich extrem überzeugen. Zwei Tore hat er gemacht, zehn Treffer vorbereitet und das sogar als Licker-Verteidiger einer Viererkette. Generell ist ein Nationalspieler Kosovos ein Kandidat für Bundesliga-Vereine. Er selber kann sich einen Wechsel sehr gut vorstellen, sein Vertrag in Hamburg läuft auch nur noch ein weiteres Jahr und zumindest ein Abschied durchaus denkbar. Klar ist aber auch, er wird nicht ganz günstig. Im Raum steht eine Summe um die eine Million, laut der Bild soll sogar Schalke schon ein Angebot abgegeben haben, was eben etwas mehr beträgt als eine Million Euro. Im Raum stehen, wenn man so hört, eine Ablöse von rund 1,2 Millionen. Aber natürlich ist das ein bisschen verwunderlich. Warum sollte Schalke für einen neuen Licken-Verteidiger so viel Geld ausgeben, der auch ein potenzieller Stammspieler sein wird? Weil Paccarada wird ja sagen, Pauli nicht verlassen, um auf Schalke die Nummer zwei hinter Ovian zu sein. Deswegen ist das Gerücht für mich ein bisschen komisch, weil wir ja links hinten eigentlich keinen Bedarf haben. Ovian wurde fest verpflichtet. Kerem Chandanuluk ist ein guter Backup und selbst sollte man ihn verleihen, um ihm Spielpraxis zu geben, wäre ein Duo aus Ovian und Paccarada eigentlich schon viel zu teuer und viel zu sehr Richtung zwei Stammspieler, dass sich das sozusagen lohnen würde. Da gibt es eigentlich andere Positionen im Kader, wo man erst recht so eine Summe ausgeben müsste. Natürlich könnte es auch sein, dass man irgendwie Ovian Offensive einplant als Flügelspieler, Paccarada dahinter. Das wäre vielleicht noch eine Lösung, die man akzeptieren könnte. Aber auch das klingt für mich erstmal ein bisschen komisch. Deswegen würde mich so ein Wechsel sehr überraschen. Ich finde Lea Paccarada richtig stark. Ich würde ihn gerne in der Bundesliga sehen. Aber hat es da mit Ovian auf Schalke gemacht? Das würde eigentlich keinen Sinn. Und ob man jetzt Ovian weiterverkauft, glaube ich, auch nicht wirklich dran. Deswegen irgendwie ein komisches Gerücht. Da glaube ich eigentlich erstmal nicht so wirklich dran. Can Bostuan wurde im letzten Sommer abgegeben per Leihebasis zu Besiktas Istanbul. Und nun ist natürlich auch dort verbaut. Und die Frage ist, bleibt er in der Türkei oder nicht? Nach neuesten Informationen versucht Besiktas weiterhin, die Kaufsum für Bostuan zu senken. Schalke gibt aber wohl nicht nach. Und das ist ja vollkommen logisch. Bostuans Marktwert beträgt halt auf Transvermarkt.de ungefähr 4 Millionen Euro. Die Kaufoption soll also sogar sozusagen nur bei 2 liegen. Also an sich sogar ein sehr fairer Deal für Besiktas. Allerdings läuft die Kaufoption nur noch eine Woche. Damit muss man natürlich dann noch eine Lösung finden. Gut für den Schalker auch Trabzonspor, sondern auch für die Verpflichtung interessiert sein. Wodurch man dann auch vielleicht erst recht Besiktas Druck machen kann, dass die die Kaufoption ziehen. Oder wir in Bostuan vielleicht so für ein bisschen mehr Kohle an Trabzonspor verkaufen. Deswegen sehr gute Nachricht hier, dass man sicherlich Millionen für Bostuan erwarten kann. Am Ende sicherlich mindestens 2, vielleicht sogar 3 oder 4. Und das kann natürlich extrem wichtiges Geld sein, um auch einfach Spieler wie Chulinov Itakura zu halten. Weil natürlich auch solche Millionen extrem wichtig sein können. Also Besiktas möchte Bostuan gerne behalten. Aber für nochmal weniger Geld, als sie eh schon bezahlen müssen. Ich bin sehr gespannt, welche Lösen da gefunden wird. Aber auch hier wieder richtig, dass Schalke da nicht nachgibt, weil es gibt doch gar keinen Grund. Warum sollte man ihm zu Besiktas sagen, ihr zahlt nur eine Million, wenn es sogar noch Interesse gibt von anderen Klubs. Und auch generell die Kaufoption schon wirklich an sich sehr, sehr fairer Preis sein wird. Unser Wiederaufstieg ist geglückt. Doch trotzdem verlassen wir uns einige Aufstiegshelden, wie Herr Schröder immer so schön gesagt hat. Und einer davon ist ja Martin Freisel, der keinen neuen Vertrag erhalten hat. Und der Teuter erklärt nun mal, wie es dazu kam. Mir ist wichtig, dass wir uns extrem sauber getrennt haben. Mit großer gegenseitiger Wertschätzung. Wir haben grundsätzlich gemeinsam entschieden, dass wir jeweils einen anderen Weg gehen. So der 29-Jährige gegenüber Sky Austria. Denn laut Medienberichten hielt sich ja Schalke durchaus die Option offen, Freisel doch noch zu halten. Der Österreicher wäre aber wohl kaum die unangefochtene Nummer 1 gewesen. Und auf eine undurchsichtige Konstellation hatte der Schlussmann aber nicht die größte Lust. Beim nächsten Arbeitgeber soll nämlich das Gesamtpaket dann noch passen. Und Freisel will als Nummer 1 eingeplant sein. Und aller Voraussicht nach führt sein Weg dabei ins fremdsprachige Ausland. Wenngleich die finale Entscheidung noch nicht getroffen sei. Der Keeper hat in der Vergangenheit schon in Rumänien und in den Niederlanden gespielt. Aktuell bringen Gerüchte mit Olympiakos in Griechenland und den Rangers in Schott und in Verbindung. Und ich wünsche Martin Freisel wirklich, dass er einen Klub findet, wo er die klare Nummer 1 ist. Bei uns hat es am Ende einfach nicht dazu gereicht, dass die Verantwortlichen gesagt haben, jo, wir gehen mit ihm in Liga 1, er ist unsere klare Nummer 1. Und deswegen auch vollkommen logisch, dass er sich dann gegenseitig getrennt hat. Da Schalke gesagt hat, ey jo, wir verlängern nicht. Dass aber Freisel gesagt hat, ich will das jetzt wissen, damit ich eine neue Nummer 1 Posten sozusagen für mich finden kann. Und deswegen eine richtig gute, faire Trennung, finde ich. Und genau so soll es sein. Und auch wichtig ist, dass man sich von so einem wie Martin Freisel, der zum Aufstieg beigetragen hat, sauber trennen konnte. Die Line von Amin Arid und Ossang Kabak enden. Und wir blicken mal darauf, wie Schalke mit den beiden Akteuren plant. Legen wir los mit Amin Arid, der ja zu Beginn seiner Zeit bei Marseille Probleme hatte, die letzten Wochen aber bei OM gesetzt war. In diesem Zeitraum gewann Marseille sogar 8 von 11 Ligaspielen. Und geht es nach den Verantwortlichen des ranzösischen Top-Klubs, soll Arid auch auf jeden Fall gehalten werden. Er selber geht auch in eine ähnliche Richtung. Mein Team, schrieb Arid am Sonntagmorgen in unseren Medien und ergänzte, wir haben bis zuletzt daran geglaubt. Ich bin sehr stolz, Teil dieses Abenteuers sein zu können und den Klub in die Champions League zurückkehren zu sehen. Danke für diese verrückte Saison. Und deswegen ist eine Zukunft bei Marseille durchaus möglich. Wie die Wats erfahren hat, will Marseille den Mittelfeldspiel aber wirklich nur ausleihen. Und das für eine weitere Saison. Möglich ist das ja an sich, weil Arid bei uns noch zwei Jahre unter Vertrag steht. Und bislang, bei immer wieder die Rede von einer möglichen Transfersperre, selbst wenn es diese geben sollte, bei OM sei eine Ausleihe möglich. Für unsere Verantwortlichen ist das aber nur eine Notfalloption. Viel lieber würde Schalke Amin Arid verkaufen und wirklich gute Ablösungen bekassieren. Im Gespräch sind er da rund 10 Millionen Euro. Mögliche Abnehmer für Arid sollte es nach seinen guten Leistungen auch eigentlich geben. Medien berichteten ja zuletzt über Sevilla oder auch Villarreal. Nach Informationen der Wats liegt Schalke aber noch kein konkretes Angebot vor. Deswegen muss man gucken, wie es weitergeht. Klar ist zur Vorbereitung. Wer riet, stand jetzt wieder Schalke. Man möchte ihn aber wohl gerne davor schon abgeben, weil man sich das Monatsgehalt von 400.000 Euro eigentlich nicht leisten kann. Und gleiches gilt auch für Ozan Kabak. Er war ja als Top-Talent gekommen, aber auch bei Norwich City verlief die Saison alles andere als gut. Und deswegen wird er zu Schalke zurückkehren. Bei Norwich wird er auf jeden Fall nicht bleiben, so viel ist klar. Klar ist aber auch, bei S04 gibt es keine Zukunft. Mit seinem hochtodierten Vertrag passt er einfach nicht ins Gehaltsgefüge. Noch diesen Sommer soll Kabak unbedingt abgegeben werden. Und die gute Nachricht ist, dass sowohl sich der Spieler als auch unser Verein einen Verkauf anstreben und nicht eine weitere Laie. An potenziellen Interessenten mangelt es allerdings wohl nicht, wie der Wats erfahren hat. Und somit könnte man eine Lösung finden. Klar ist aber auch, die hoften Transfergewinne wird Schalke oder Borussia Kabak nicht mehr einfallen können. Da muss man wirklich mit einer relativ niedrigen Ablösung rechnen und auch leben. Bei Ried ist das ein bisschen anders. Also, beide Fälle sind ein bisschen ähnlich. An sich werden beide nicht mehr auf Schalke eingeplant. Deswegen, das wird auch nicht funktionieren. Bevor jetzt wieder Kommentare geschrieben werden mit, ja man kann sie ja behalten. Nein, das wird nicht passieren. Es gilt Lösungen zu finden. Arit im besten Fall zu verkaufen, Kabak für wenig Geld zu verkaufen und dann im besten Falle beide Kapitel endgültig zu beenden. Kaderplanung und Trainersuche laufen ja auf Hochtouren, aber ganz so einfach ist es dann wohl doch nicht. So zumindest meldet der Kicker, dass es in der Trainerfrage bei uns nicht so richtig vorangeht. Denn Schalke tue sich schwer bei der Suche, schreibt das Fachblatt. Einer der Gründe könnte natürlich zum einen Mike Büskens sein, der dann sozusagen wieder Coat-Trainer sein wird. Ob das ja wirklich ein Grund ist, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Generell will man auf Schalke einfach keinen Schnellschuss abgeben, sondern wirklich einen neuen Coach holen, von dem man überzeugt ist. Man muss aber auch sagen, dass diese Worte schon ein paar Wochen zurückliegen und deswegen können wir sehr gespannt sein, wann denn ein neuer Trainer gefunden wird. Aber am Ende ist ein Trainer da, wenn Schröder es verkündet. Die Bild-Seite nennt aber nochmal das Profil, welches ein neuer Trainer mitbringen soll. Zum einen soll er etabliert und erfahren sein und nämlich kein Anfänger und nach außen wie auch innen absolut stressfest. Und im besten Fall auch noch Schalke Versteher. Ein Profil, was sicherlich Sinn macht. Und auch zur Kaderplanung liefert der Kicker einige Details. Denn man will sich auf jeden Fall verstärken und Ralf Fährmann wird auch in Zukunft mit einem Platz auf der Bank leben müssen. Die Verantwortlichen halten ihn nämlich für die Bundesliga nicht für den richtigen, so der Kicker. Ist aber auch nichts Neues. Eine neue Nummer 1 soll kommen. Intern wird aber noch überlegt, ob man dafür einen erfahrenen Keeper holt oder vielleicht doch sogar ein Talent. Bislang schien es da eher so, dass ein erfahrener Torhüter kommen soll. Und in der Abwehr hofft Schalke wohl darauf, dass Malik Chau als teuerster Spieler ungefähr 10 Millionen Euro einbringen wird. Mit diesem Geld soll Kohi Takura verpflichtet werden, denn der Japaner soll unbedingt gehalten werden. Das gleiche gilt auch für Darko Chuninov, denn er seiner Laie fest am VfB kommen soll. Im Angriff sucht man selber noch nach einem idealen Angriffspartner für Simon C. Rodde. Marius Bülter wird wohl eher als flexibel Offensivspieler eingeplant. Da will man unbedingt noch Verstärkung an Land holen. Und somit bringt der Kicker uns aber auf den neuesten Stand in der Trainersuche wie auch in der Kaderplanung. Und mal gucken, wie es da in den nächsten Wochen weitergehen wird. Und das waren also Schalkes Daily News. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.